ich wünsche allen einen schönen guten morgen herzlich willkommen zu einem kurzen technischen marktupdate den risiko und weiß gibt es natürlich wie immer vorab der handel mit cfds der ist mit gewissen risiken verbunden dessen sollte sich bewusst sein ich möchte an dieser stelle betonen dass ich keine handels empfehlung ausspreche wir gehen direkt rüber in die x-station und fangen heute mal mit dem währungspaar euro dollar an der euro versucht den aufwärtstrend durch ein höheres hoch zu bestätigen bereits seit mehr als drei wochen in dieser woche gibt es jetzt den dritten anlauf der ausbruch überzeugt bisher noch nicht so wirklich aber mit dem nfp bericht könnte es vielleicht einen ja eine chance geben ja letztendlich diesen bereich zu knacken und dann auch das jahres hoch zu überwinden und die den abstand zum widerstand bei 1185 zu verringern andererseits könnte dann ein abpraller oder ein fehlausbruch für eine mögliche top bildung sprechen der nestec 100 fällt jetzt bereits seit vier handelstagen in folge hier nochmal in den d1 da sieht man es heute leichte gegenbewegung im vorbürstlichen handel es gibt viele unterstützungen die einen stärkeren ausverkauf verhindern könnten andererseits gibt es nur einen widerstand der den markt davon abhalten könnte dass august hoch bei 13.740 punkten zu testen das ist also hier die kurzfristige range der deutsche leitindex der fiel zwischenzeitlich auf den tiefsten stand seit fast einem monat scheint aber unterstützung gefunden zu haben bei 15.800 punkten ungefähr hier gab es in den vergangenen fünf bis sechs wochen am meisten aktivität und der bereich wurde jetzt erst mal verteidigt gold hat sich wiederum von dem rekordhoch zurückgezogen aber ein großteil der gewinne konnte zumindest gehalten werden und das bedeutet dass wir dann vielleicht nochmals einen zweiten test sehen könnten und zwar des bereichs zwischen 2070 und 2078 dollar wir schauen noch auf die öl sorte wti öl hatte sehr viel druck erlebt in dieser woche konnte sich jetzt aber auch wieder etwas fangen und das könnte sich jetzt eben hier als fehlausbruch entpuppen beziehungsweise die hoffnung ist dass nach dem starken anstieg und dem bruch über widerstände das ganze hier eben nur eine starke korrektur ist und hier ein boden ausgebildet wird bitcoin hat in dieser woche die meiste zeit damit verbracht den verlust vom montag auszugleichen hat also ein bisschen gedauert aber dennoch kann sich der markt wieder oberhalb dieser wichtigen zone im bereich von 29.000 dollar etablieren und wenn das auch so bleibt dann könnte es relativ schnell einen test des jahreshochs geben mehr hintergrundinformationen und auch konkrete trading ideen dazu gibt es dann in meinem video von heute morgen den link gibt es immer unten in der beschreibung lasst auch gerne einen daumen oder einen kommentar da wünsche allen viel erfolg für heute und auch schon mal ein schönes wochenende bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal Bis zum nächsten Mal.